so und hier Vorsicht im Ansaufbereich so 202 kW hier, so erstmal die Zahl von der Lisa 9,923 so hier geht es jetzt mal wieder zur Sache eine Dutch der blubbert auch nicht schlecht ein Moment bis die Daten eingegeben sind Start frei jetzt auch jedes Jahr bei uns so die Zeit von dem Dutch 8,6,0,5